So, herzlich willkommen meine Damen und Herren zu einer neuen Runde. Es ist wieder soweit, frei für alle Freitag. Ja, wir zocken die Runde MW2 Skid Row. Mit den UMP natürlich. Synchronisieren. 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Oh oh. Oh my god, my same! Jungs, my same! Er hält einfach ab von mir! Ich will mich verarschen, ich muss auch nicht... Was? Okay, Jungs, das kann ich jetzt schon wieder nicht hochladen. Das ist schon wieder peinlich, was ich da biete. Jetzt muss auch eine Scheisse. Ich wollte mich da nicht, ich wollte mich so gut. Hemdartig! Okay. Ich bin gemessert, Junge. Ah, Jungs, Jungs, Jungs. Come on! Ja, Mann! Wo? Ah, Gott, bin ich schlecht, Jungs. Bin ich schlecht, oder bin ich schlecht? Aber ich wüsste, ich bin der schlechteste MB2-Player ever. Bin so schlecht in dem Game! Nicht zu ohne Scheiße, wirklich guardschlechte in dem Game. Weissen echt nichts! Alle, die PM2 gegamet hatten, können es verstärkt. Schware! oh Schau, ich sehe ihn an! Oh! Ein paar Drohnen habe ich noch gehabt und jeder hat geschluckt. Ich bin so schlecht in dem Drecksgeheim, ich führe es. Tut mir leid Jungs, tut mir leid. Hey, ich konnte nicht aufstehen, du Missgeburt! Fuck you, Game. Ich hasse das Game. Ich konnte nicht aufstehen, ich bin einfach hängen geblieben. Ich konnte nicht machen. Martyrium! Oh! Was? Was? Ist das für ein geiler Spawn gewesen? Und was ist das für ein episch geiler Spawn gewesen? Oh oh! Du Missgeburt, ey! Es zeigt einfach mich zu und knifet mich wie die letzte dreckige Katzenhure. Ich spüre es. Was ist mit diesen Leuten los? Oh! 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 Ich muss nicht von dir gehen. Ich muss sie, ey! Ich muss mich mit dem Messer aufwürfen. Ich muss mich mit dem Messer aufwürfen. Ich muss mich mit dem Messer aufwürfen. Oh! Das können wir trotzdem. Oh, oh, da kommt einer. Der Stauder ist gegangen. Das können wir trotzdem, Jungs. Da lassen wir uns nicht lumpen, meine Freunde. Da lassen wir uns nicht lumpen. Loll. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. P, P, O, H, E, B, Blablabla, du Hurensohn. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was macht ihr alle da? Nein, ich will mich nicht. Ich habe gesagt, ich soll mich nicht killen. Sie hören nicht auf mich. Aufklärungsdrohne, auf die Schuss. Aufklärungsdrohne, auf die Schuss. Wir verbinden diesen Kampf. So, Jungs, jetzt muss ich noch ausgehen. P, 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 P. Na, na. Was? Er hängt, er hängt, er hängt sich zu Tode. Aufklärungsdrohne. Achtung, feindliche Vorräte. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Jungs, da schaffen wir noch! Da schaffen wir noch! Da schaffen wir noch! Da schaffen wir noch! Ey, es ist nicht normal bei dem... Ich habe bei dem Game auch noch kein Ame. Das wäre nix. Ich habe einfach kein Ame in dem Game. Ich weiss nicht, was los ist. Das sind da missgebührte Ame für's. Wenn ich das jetzt noch verlieren... Wenn ich das jetzt noch verlieren... Nein! Missgeburte. Oh, ich habe noch zwei Jungs. Noch zwei, ich auch nicht. Aufklärungsdrohne einsatzbereit. Aufklärungsdrohne online. Was?! Das ist auch ein Missgeburt, Junge! Eine Missgeburt, wie er im Buch steht, ey. Holy Shit. Bichser, ey. Da, Bueika. Alter, was sind das für Missgebürter gewesen, ey. Holy Shit. 30.12. Der Boss. Ach, ich brauche Erholung, Jungs, ich brauche Erholung. Ich habe gesagt, ich bin der schlechteste M2-Spieler ever. Und ich habe es bewiesen. Das tut mir leid, Jungs. Auf jeden Fall haut rein. Ciao.